Setze dich, nachdem du frisch geduscht und wach bist, an einen ruhigen Platz und beginne deinen Tag mit einigen Minuten der Stille und Besinnung. Spüre den Boden unter deinen Füßen, außer du bist es vom Yoga gewohnt und kannst bequem und entspannt mit gekreuzten Beinen dasitzen. Schließe deine Augen und geh in einen sanften, ruhigen Atemrhythmus. Geh mit deiner Aufmerksamkeit aus dem Denken hin zu deinem Körper und spüre mal, wie sich dein Bauch und deine Brust leicht heben und senken, im Rhythmus deines Atems. Genieße diesen Grundrhythmus des Lebens in dir. Dann nimm das Leben in deinem Körper, das Pulsieren und Vibrieren in Billiarden Zellen wahr und genieße es, dass du lebst. Nimm mal wahr, dass deine Kraft in dir ist, die du nicht selbst steuerst. Es ist das Leben selbst, das dich durchpulst und das dich jetzt atmet. Jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit in die Mitte deiner Brust zu deinem Herzzentrum. Stell dir vor, du könntest durch deine Brust wie durch deine Membran ein- und ausatmen. Probier es mal aus. Mit jedem Atemzug kommst du deinem Herzen hierbei näher, näher zu diesem deinem Zentrum und genieße es. Spüre es mehr und mehr. Jetzt lade ich dich ein, folgende Sätze im Geiste oder auch laut auszusprechen, mit denen du dankend den neuen Tag begrüßen und ihm bewusst eine neue Richtung geben kannst. Sie heißen Ich danke für die Nacht und für alles, was in ihr geschah. Und ich danke für diesen neuen Schöpfer-Tag, der mir geschenkt wird mit seinen vielen Stunden, Minuten und unendlich vielen Augenblicken. Ich entscheide mich heute im Bewusstsein einer Schöpferin bzw. eines Schöpfers und mit Achtsamkeit, Dankbarkeit und Liebe zu mir selbst, durch die Stunden dieses Tages zu gehen und ihn bewusst zu gestalten. Ich entscheide mich heute immer wieder auf meine innere Stimme, die Stimme meines Herzens zu lauschen und ihr zu folgen. Und ich danke dir, mein Herz, für deine gute Führung auf meinem Weg. Ich will heute immer wieder kleine Pausen einlegen, um mein Herz und meinen Körper bewusst wahrzunehmen, innezuhalten und der Entspannung dem Ausatmen Raum zu geben. Und ich will auf das hören, was du, mein wunderbarer Körper, mir sagen willst mit deinen vielfältigen Empfindungen und Signalen. Denn ich weiß, ich erschaffe mein Leben von innen nach aus. Wie es in mir aussieht und wie es sich anfühlt, so gestalte ich mein äußeres Leben. Danke, dass ich erschaffen kann durch mein Denken, Sprechen und Tun. Ich bin bereit, diesen Tag, zu einem Tag des Friedens, der Freude und der Fülle zu machen. Und ich nehme alle Geschenke dieses Tages liebend und dankend an. Danke, danke, danke. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen und reichhaltigen Tag mit vielen Geschenken. Vielen Dank.